ja und willkommen mein name ist dann ihre p und ich begrüße euch zur let's play final fantasy im rieber öfter ist ein cloud im busch okay wir sind immer noch im kosmo kenyan wir machen erkundung ja 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 begrüßung wir spielen ein bisschen karten würde ich sagen also fangen wir mal direkt hier mit an ich dort hier so schnell wie wirklich abkürzen für den fall dass ich hier wieder zehn minuten an den karl spiel natürlich das allerwichtigste wie heißen sie denn da ist wohl jemand so richtig aufgeregt brauchen sie aber nicht ich habe schon immer noch eine sekunde zu antworten und eines kann ich mit sicherheit sagen sie mein lieber sind definitiv ein sensationeller kartenspieler deswegen freue ich mich ganz besonders auf diese partie ok sagen sie nichts es bedarf keiner wort wir lassen die karten sprechen ja denn ihr gegner ist niemand geringeres als die quirlige quattest du solltest ob ich da so ein griff von bekommen ich glaube ich will den lieber da aus ist ein locker die ganzen karten die man aufeinander stapeln kann sind alle nämlich hier immer den hier rein und dann nehmen wir den links daraus ich zwar nur weniger punkte aber ist egal selbst wenn wir sagen wir mal hoffen wir mal dass diese partie nicht so schwierig wird wie letzte und gucken wir mal bald schaffen also ich so oder so starten ich habe keine zwei jahre gerade ich mache mal so solange du nicht irgendwie so sachen hat er hat er gibt drei punkte hallo hallo wird gestärkt warum kannst du die sofort spielen drei punkte ist der teil so jetzt muss ich diese reihe gewinnen dann kriege ich zehn punkte was voll krass ist du hast mich die mitte eigentlich halte es hat schon gut genug der warum haben die drei punkte also voll krass also ich kann hier schon noch nicht weiter weil er mich hier schon wieder so komm du näher und du als erster näher er hat wahrscheinlich auch wieder platzierbare dinge so so mache ich so jetzt muss ich irgendwie in der mitte noch einen dazu bekommen aber bitte sagt man nicht natürlich alles in seine macht stehende tun um einzukommen so meins also nach oben rechts das muss ich nur noch die mit ihr erschaffen zu halten das mache ich genauso 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 so ich kann sogar in dreiein platzieren perfekt sah sie gut aus war die mitte da es kommt hier mit so weit wieder ich könnte das so machen aber auch nicht wir vielleicht dafür platzieren so viele dreier kollegen ja gerade in seiner anderen geschenkungen gegen das kann steckung 1 so hat er nicht mehr dabei zweck wenn ich dahin gehe also hat hier ich muss nur die mitteilten dann kriege ich 18 punkte 19 punkte mit voll krass ist so auch mehr na so ich echt so hin so wenn er jetzt nicht irgendwann voll gestürzt da platziert ist alles okay er macht aber immer weiter ja ja das kann ich auch was hier platzieren dann machen wir es mal so 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 wenn er das noch drehen kann aber ich überrascht sechs punkte so war er hat bestimmt noch sachen die da irgendwie platzieren kann so wo kann ich denn hier platzieren so 13 punkte ich muss eigentlich nur gucken ja wo ich die meisten punkte kicken so so für den fall hat er sich entschließt dann gewinne ich aber immer noch nicht so werde platziert und da kommt nein er kann aber nicht platzieren nein er auf hör auf kollege ich habe nicht mehr sachen zum platzieren gott da habe ich keine lustiger noch mal zehn minuten an so ein ding zu sitzen danke okay ich mir gefällt nicht hatte hier so platzierbare sachen haben vielleicht sollte ich mehr von diesen singen drei patienten wenn es noch machen diese technik war nicht zu topen keine chance wir haben endlich den stärksten spieler weit und breit gefunden wie ein komet vieler vom himmel ohne vorwarnung strahlend hell und unglaublich ja nicht ist wie es war dieser mann wird die welt von blut der königin völlig auf den kopf stellen da bin ich mir sicher ich bin ich jetzt gehen ein stärkerer spieler wird schwer zu finden sein aber unsere sendung geht natürlich noch weiter also bleiben sie dran es gibt noch jeden zu entdecken oh gott war aber weg ja so lassen wir hat bei einem kartenspiel ich weiß sowieso nicht sich durch den kosmo kennenden zu navigieren ist so schwierig obwohl wenn ihn direkt da ist ich habe überhaupt ein bisschen wie lange gedauert hat bis ich irgendwie das hotel gefunden habe um mich wieder hoch zu heilen so schwer hier sich zu navigieren dann weiter hat kommen wir die auch direkt platt der königin verfallen zu sein ja aber nicht doch es gibt nichts da hat er noch fünf minuten gedauert kommen wenn man auch noch selbst weiß der blut der königin hervorgebracht hat es ist ein teil von uns ich mach sie nicht mal an jede ausgespielte karte schlägt große wellen ein einziger zug kann man sich einfach zu jemanden mal hinlaufen und sagen hey was willst du spielen okay ich kann spüren das ist der wille des planeten ist bei den einem ist man auch noch erledigen irgendwann eine doppelgesicht soll ich mehr von diesen dingern einpacken was er bringt es irgendwie nicht so der typ hier fangen wir mal lieber nein ich würde man eher 14 ok doch warum ist hallo und ist dann auch immer so dunkel dann packen wir was haben die von verbündeten und gegnerischen karten mit zwei von denen ich würde mich zwar die gleichen ich habe sorgt für so hat endgame mit dem mit den karten diesen aufeinander platzierenden karten wegen solch so viel wie möglich haben soll ich hätte einen schokobo jockey bitte so ob dann könnte ich nichts machen machen wir so ich weiß nicht ob ich den schokobo erst platzieren muss und dann damit die ganzen bonus zu bekommen so ich könnte so machen dann habe ich warte mal da funktioniert so wäre es wäre damit weg aber wenn ja dann was hat so kann man ja mal ein bisschen druck aufbauen es kommt ja da oben hin ja aber ich komme ich hier herden ja das ist eine gute startposition für dich okay er kann ja auch noch wegnehmen glaube ich kann ich nicht nein ich könnte ihn ja machen ha 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 da war ich die karte da weggenommen habe okay habe ich jetzt nicht so verstanden ja ich würde ich einfach limitieren aber warum müssen die karte noch da aber sehen wir nicht das hier mache da gar nichts wird komplizieren und jetzt kann ich da noch ja ja okay nochmal so seit habe ich so viele sachen noch zu platzieren aber sie auch noch ne was bist du heißt hinter mir noch als weg jetzt moment sie mal nicht aber ich glaube sie hat wie viele punkte hat hallo wie sie mich mal abziehen sich gerade okay jetzt aus kann immer noch der 21 punkte ist einmal wird zum schaffen so wie du kannst immer noch platzieren sehr gut das muss ich eigentlich nur gewinnen hat ich meine die dinger kriege ich nicht mehr aber ich glaube ich habe noch nie so lange partie gehabt jetzt immer voll weiter hochgeballt habe ich mitbekommen aber letztendlich habe ich doch gewonnen oh mein gott doppel gesicht bum 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 ich gebe zu so hatte ich unser zusammentreffen nicht vorhergesehen alles 20 gewonnene partie strom aus den fugen geraten ist ich spüre eine düstere macht vielleicht sollten wir jetzt auch noch machen ich habe kein problem spieler haben bereits unter mysteriösen umständen ihr leben lassen müssen also vergiss nie den karten den respekt zu zollen ich bin glaube an das letzte karten sie sind unsere verbindung zum allwissenden und allmächtigen planeten ich bete dafür dass der planet diesen reisenden auf all seinen wegen begleiten ok dann haben wir alle karten spiele hier abgeschlossen ich würde sagen wir gehen mal zum andershauser kann ich überhaupt hin oder muss ich da zurück zu sind ich glaube ich muss da zurück zu sind so region kann ich da einfach so hin nein ich weiß nicht ob ich da schon hin will ok ja gut dann sparen wir uns dann auf da gehen wir weiter hier erkunden wir haben ja noch genug sachen ich sag vielleicht mal den chokobo parkour hier zu ende machen ne sollte ich vielleicht mal anfangen ja ne weiter zu machen jetzt nur wirst du da ist ne auf zum dritten parkour machen wir mal vielleicht deswegen für die ganze zeit so am singen ne kann vielleicht sein ne da kann ich aber drohen so ein paar kleidung da kann man ausrüsten wo ist das hier aber wo irgendwo hier war ich ja echt noch nicht da kann man ja wieso lauft ihr mir ständig hinterher ich werde nie mehr auf apony reiten begreift das doch es geht leider nicht mehr und ob es geht genug im selbstmitleid gebadet ich zeig dir jetzt was alles in apony steckt passt mal gut auf ok ja mal los dafür barriere er werde wahrscheinlich werde ich beim ersten mal nach 7200 wort ich habe noch nicht den anderen gemacht auch gott ich bis auf die abteilen sich kann ja also schon mal nicht gott mein bewegungs sind so aus nach mir gefällt hat nicht dass ich hier so gut wie gar nichts an aber kaum schaden das flugsystem ist so komisch ich gehe nicht runter heißt so dämlich nicht so schlecht zu steuern ich bin noch einmal darunter ich tue noch einmal darunter machen und dann geht sie schon direkt das gesamte momentum weg das ist so schwierig zu steuern gott ich muss diese ganzen dinge wahrscheinlich hallo ich muss nach oben drücken ok gott naja da wird nichts das ist so komisch so wie ich mir hat nämlich vorstelle ist ich tue irgendwie runter drücken leider so trotzdem noch nicht mal auf den dingen zu reiten ok so wie ich mir halt immer vorstelle ist ich tue irgendwie weil ich sah die kriege ich nein nein nur was mein plan ist ist ich will nach unten zwischen und dann irgendwie schwung holen damit ich besser wieder nach oben kommen hat funktioniert hier in dem spiel nicht so habe ich so komisch verliert mein gesamtes momentum am ende so merkwürdig zu steuern gehst du da hoch hey 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 ja nun es ist so schwierig zu steuern keine ahnung und ich muss diese ganzen 500 wahrscheinlich holen aber nein lass mich und lass mich wesens hat hier schaffen wie soll ich denn das schaffen wollte schon sagen das ist mal ganz moment wieder weg genau die kamera fahrt hilft auch nicht so frustrierend hier ist es im sieg gut so jetzt kriege ich darüber wiesens wahrscheinlich alle von diesen dingen ja erwischen erwischen gott gott warum nicht warum nicht da habe ich noch erreicht ok gefällt mir nicht gefällt mir nicht spiel ist so komisch zu steuern da muss ich alles aus genauer machen wahrscheinlich irgendwas geiles wenn du was zu sagen hast dann raus damit an dem tag ich war einfach zu selbstsicher ich dachte das wird ein leichter sieg während des renns überlegte ich bereits was ich mit dem preisgeld anstellen will ich hatte mich nicht auf aponys bewegung konzentriert und verlor dadurch komplett die balance wer hat das gedacht aus dem sattel geschleudert und stürzte apony hat versucht mich abzuschirmen doch dabei hat auch sie verletzungen davon getragen was wenn dir wieder etwas passiert davor habe ich zu große angst ich kann nicht mehr reiten das war ein unglücklicher unfall aber könnten wir aus diesem unfall nicht auch eine wertvolle lehre ziehen zum beispiel indem wir ab jetzt mehr aufeinander achten damit so ein ein unglück sich nicht wiederholt komm schnell wieder auf die beine dann reiten wir zusammen da hörst du es da hörst du es Apony 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 obhut sicher ich will doch nicht dass aponi sich langweilen muss während ich nicht auf ihr reiten kann sie sollte mit jemandem trainieren der was von schokobo renn versteht mama verzeih mir bitte ich werde wieder fleißig trainieren ich habe gehofft dass du das sagen würdest sobald ich wieder ganz gesund bin richtig heraus okay in der chronik verwert bekommen wo das mission war mit sternchen ja ich weiß ja nicht so recht wie soll ich damit sternchen abgeschlossen wird immer da gab es nichts anderes außer sternchen so eine mission abgeschlossen weiter geht es wie komme ich dahin und da unten sehe ich es schon da die liga ich will erstmal hat mogelhäuschen immer machen damit ich mir von diesen und wie komme ich dahin sehen wir aus von hier so ne wie komme ich hier hin jetzt den gastwert hier so unten aber aber da kommentiert das nicht sagen wir rausfinden nicht dahin komme der ist da oben dann kann ich doch bestimmt durch die luft erreichen oder ist nur wüsste wie hier naja warte ich sehe schon was hier überfliegen aber da muss ich erst mal hinkommen da war ich hier schon in dieser höhle die sieht ein neuer aus ja sie zwar vielleicht ich glaube da war noch nicht wenn ich hier ich will aber anderes gefunden wird aber hier ist nichts bisher außer hier ist irgendwas wenn ihr nicht die protosubstanz quest irgendwo weiter geht damals ja auch nicht jetzt gar nichts das ist aber voll geiles gefunden ja ja warte mal ist ein anderer ausgang noch ja oder hier sind doch und fackeln sind da ist noch mal weiter ein weg was hat hier könnte auch irgendwie der boss landen hier dieser gibt da wie jeden gebiet hier so ein boss hier sowie dem morbel letztens könnte vielleicht auch sein sagen dann versuchen wir mal hat hier mit dem fliegen und sagt für ich bin sie auf dem richtigen spur da unten nein ich wollte noch ratten so kommt ich da ein welche dinger schon mal sehen könnte bevor ich da ich weiß gar nicht wo ich ja schon waren wo nicht ich habe hier hoch soll überhaupt obwohl ich weiß nicht ob ich darunter will da kam schon hat sie doch super wichtig aus hier ich glaube die weltkarten musik jetzt zurückkommen ist schon sagen die weltkarte ist ja überall eine ganze welt hat sie hat nur in ein gebiet hier abspielen hat hat mich schon ein bisschen so verwundert sei jetzt nichts gewesen sehr gut dann im kosmo kenya sich da zurechtzufinden ist auch für schwäche dieses blöde rast aus dem mal gefunden habe um mich zu haben um mich zu erholen ja genau hier wortchen da muss ich diesmal merke ich werde aber geradeaus hier ach jetzt das schiff zwar irgendwo da machen wir nachdem so war natürlich bist du gegen den baumdach knallen und wir knallen und wir knallen und wir knallen man muss dann jetzt weggelegen gegen die zu kämpfen allheilmittel und stelltrank ward jetzt erst mal jetzt erst mal jetzt erst herrschte mein gott wie soll ich meine lebensquelle in der nähe sehe ich gerade ja schätzt die lines wo seid ihr ja dann karaktere man suchen sind aber nichts finden ich bin der einzige der findet ich bin der cloud meister heilendes halsband ich glaube das haben wir an der der letzte war 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 da oben heute umso komplexer war war da hier kommt auch was da drin ja macht einen schnabel breit kommandant namenschutz rissungsmodifikation neu ja ich bin doch immer auch noch dafür 140 reichen ich weiß es nicht okay gott noch eine sache erledigt so jetzt bevor ich es vergesst du lass mich mal hier dahin gehen da schon wieder aus den augen verloren worden ist so was wollte ich mal nicht wollte da empfinde reiche ich nie im leben und viel zu weit entfernt man macht dann irgendein unterschied wenn ich da rein renne jawohl sieht gut aus bürgen so wo ich nur als nächstes ende gott na wo ich jetzt sind das sieht immer so aus als wird dann immer so ganz knapp nicht reichen wenn ich hier hat man sie hat mogi häuschen irgendwo so gut aus naja ich glaube nicht ich glaube da ist so komplex ja aber die werden aber nicht das ding eingepackt haben wenn ich da nicht irgendwann erreichen kann oder wünsche ich könnte in die erde ego perspektive oder so ich will einfach nur hier stehen und kann man da gleich da da wollte ich ja hinten da bin ich ja schon hingegangen oder obwohl stein naja jetzt von hier aus ne war ich ja schon mal weil nicht ich möchte sagen wenn ich da nicht rüber kann ok und wir haben schon ein flugparcours aber separate sachen hier aus dafür sind die ganzen dinger hier ich möchte also hinter mir schauen wie die anderen hier alle aussehen beim fliegen aber dann drehe ich mich mit das ist ein bisschen doof schon gefährlich ne richtig gegen zu fliegen 11 da ich glaube ich habe ich den show den schokobäuschen im mogi häuschen naja jetzt will ich mich ein bisschen sicher aber jetzt immer höher gehen das ist wirklich ein gutes zeichen nach nachts meter nämlich gerade ein anders spiel wo ich eine bestimmte meter anzahl erreichen muss jetzt werde ich noch nichts sagen aber hat sie die augen auf in den nächsten packen wow was ich hätte mir zählt sicher ich hatte vorfahrt da ich habe gar nicht geguckt ob da war das einfach gesprungen ja da bringt uns zur lebensquelle wo ich eigentlich noch nicht hin wollte aber ich meine ich effektiv wollte dahin aber nicht im moment gerade so nächstes dingen habe es aber irgendwann erreicht ne das ist doch das was ich immer sage ne bonk bonk ob es jetzt jemals einmal vermattelte erst mal die hälfte gerade so noch nicht mal die hälfte das leben im kosmocanion wollen einen kleinen sieben und meine würdige bündeten auch schon abhängen kann noch immer mehr besucher und bürger 1 so dass wir auf ihr täglichen leben vom wind ja sind ökofreundlicher man hat herstellen da war ein paar dinger ja kommen kann ich ja stellen ja nur talisman der unterwälder der hat eine menge materia plätze ich habe neue sachen sachen falsch und man hat namenschutzfluss als meine unterwälder hoch bahn der top war eines halsband ist das kampf von heiligen aktion ok ich bekomme oder die ich ausübe offenbarung des planeten ok wir hatten ja noch nicht so viele materia plätze red was mit dir gibt uns das alles ein bisschen war dann kann ich dir mal ein paar sachen hier geben und gebe ich dir noch irgendein zauber ich habe glaube ich fast noch gar nicht irgendwie aber zum level da glaube ich irgendwie noch nie irgendwie so hat hier selber gekauft näher außer einmal so zum im angebot waren waffenfertigkeit ok es wird schon war noch nicht gelabelt also das so gut ist für red weil er auch heilen muss aber man soll es nicht sagen war ja alles voll haben so materia plätze was irgendwie so aussieht als könnte hat der fall sein ich glaube beim ersten teil war nicht so eine kompletten materia plätze voller tene war weit am anfang das spiel zwar konnte natürlich noch nicht so stark sein indem ich an die man dann ist der grund na wir gehen das war weiter höher ein sich monster hier ist ein schatz das choco ja voll überrannt mit 9 also ein paar häschen 7500 ich habe ich wofür ich das nur ausgeben da wo ist der choco hallo und war nein warum sind ja so viele sachen noch verschossen so ist ein schock wo er verschwindet immer hätte 100 schock wo halt stelle hier im platz herrn auch hier die schock muss können wir fliegen aber trotzdem hätten hier ein schock und wir sind überhaupt gedacht irgendwie sowie taxis oder busse oder welt und hier ein taxi ich bin immer noch versuche nach dem rogeräuschen daher sind ich habe es gefunden leute kann euch beruhigen ich habe naja versuch mal sagen wir jetzt den gruseligen mogris überhaupt kein albtraum nightmare für sind es sind die proportionen die so merkwürdig sind der kopf ist so großen der körper ist so lange es ist so gruselig keine boge wie konzert also monster was hier war na ich dachte nein gefällt mir schon nicht wir haben wir schon amfang gefällt mir schon nicht wenn wir nicht schnappern hat schufe nein hallo wow sind hat ja ich weiß man da ja langsam machen aber dann habe ich die pc berühren darf nein ich bin aber ein gewollt haben wir schon mal drücken l2 mein gott dieser lebensgefährlich mittlerweile ja du kannst du mir bestimmt nicht ankommen leute ein gott die nervische ok 1 nach dem anderen kann ich dahin kann ich sogar ich weiß manchmal nicht ob die noch nah genutzt sind anzugreifen genau deswegen langsam langsam und die sprüche die von sich geben erinnert mich irgendwie an jufi warum ich will darüber danke aber du hast deine eigene bombe muss man einen eigenen bombe getroffen kommt ich habe schon gefangen erzählt nicht mehr da wollte ich nicht rüber sie haben wie noch so ein pilz ja wohl laut laut sag sag sagen immer den ja das müssen sie ja finde ich auch die haben also anzeige sich gerade so war noch mal nach mehr ich nehme an ich kann diese pilze nicht betatschen nach genau davor abgelegt hat sich mal ein pferdchen oder so warum muss ich dir jetzt mal wetten eine güter bist du vater mutter okay dann heißt es gibt es gibt nur noch eine region die war kunden können alles klar da war so ein indirekter spoiler gerade finde ich einkaufen macht glücklich so erstmal ja weil alles ich habe irgendwie noch nie zu wenig gehabt hier das andere baue ich weiß nicht ja und gott geht weg haben ist der körper von denen so lange können mogis als monster bezeichnen in diesem spiel ich würde sagen ich kann nicht nur 124 meter ich glaube ich bin ich aber so viel möglich da komme ich zum ich da zum ding sind wo bin ich hier bin ich genau so kommt man da hin als klar damit hat es angefangen mit dem ding letztendlich hat uns unser weg trotzdem hingeführt ich hoffe ich hatte reiche sie cool aus sehr wird aber ich kann genau darauf landen okay aber cool ja und noch monster ja aber ich mache das ding trotzdem schon mal ich habe mir einfach die monstern und macht das ding jahren und greift da uns gesehen mit dem weg ich mich doch nicht an ja wink ding ding glitzer glitzer machen wir als nächstes vielleicht mal meine bestimmte waffen punkte und so ne da ich weiß wahrscheinlich sowieso gegen den kämpfen weil er auf einem weg ist hat sich gedacht nein jemand hat mein funktum aktiviert jetzt habe ich ab ich wusste ja die ganzen sind zwar keine hasen gewesen aber man ziehen oder steinböcke fast genau gleich hier sind hasen ich habe mich so an ich habe mich so an herr dank für das fazit so genauso schwierig wie am letzten mal ich habe eigentlich bar mutmal beim nächsten mal becatchen gott dafür das einfach kreis 36 kreis 36 xx3 bingo so muss das aber doch chillig ich kann immer so viel erreichen auf einmal die fotos muss ja auch noch einmal du musst echt nicht wirklich auf ploppen und mir dazu sagen es kommt langsam irgendwie nur so rüber als würzung wegen grundsuchen um mich um mit mir zu reden schädling aus dem problem du bist einsam brauchst mehr freunde noch mal ein bisschen ab mit deiner freundin schwester für die mail seid ihr freunde oder schwester geschwistern seid ihr irgendwie das gleiche baujahr und dass jemand erklärt ich wünsche einer von euch wird mir das vielleicht erklären einfach ich mache die situation einfach unnötig irgendwie ich habe irgendwie nicht irgendwann mal so eine quest kommt oder so in hongka ist da da kannst du auch irgendwie so fester und soweit kaputt machen wo ich auch letztens irgendwie von einem nachdem ich einfach so hier weil ich so random irgendwelche dinger kaputt gemacht habe auf einer planeten kann auf einmal so ein mpc an so hammer was machst du eigentlich das war auch wenn die ganze zeit kaputt man weiß eigentlich wie lange dauert die wieder zu platzieren und da kann ich einfach antworten so ich glaube was ich geantwortet habe jetzt irgendwie ich dachte übrigens wollen einfach nein hier ist fast dass du zerstörst muss muss immer sorgfältig platziert und gebaut werde ich zum nächsten platz macht macht kaputt dann komme ich direkt weil ich direkt wieder irgendwie vor den angefallen so hammer ich glaube ich spinne ich habe ja gerade das spiel hat so ein geiler erstens habe ich irgendwie verstecken gespielt mit so kleinen kindern der nonkai starry und ich hatte irgendwie war mich irgendwo zu verstecken ich habe mich in so eine gasse versteckt aber die kindern dann irgendwann aufgehört mich zu suchen weil die aufgegeben haben dann hat ich irgendwie die wahl entweder heraus zu gehen und mich geschlagen zu geben oder noch weiter drin zu bleiben so aber wenn du wenn du nicht gewinnen willst brauchst du das spiel gar nicht das spielen warte ja dann sieht man einfach wie mein charakter dahin diese gasse wartet wenn die ganzen kinder nach hause gegangen sind und dann nächstes was passiert ist es hatte ich irgendwie in sondern so ein krankenhaus aufwache was ist mit dir passiert wenn ich auch gefahren was ist mit mir passiert aber du wirst beinahe gestorben weil du drei tage lang nichts vergessen das spiel hat so ein geiler sieht man leider noch nicht viel während meines let's plays weil ich halt nur die story über aufnehmen aber die ganzen neben sachen die du da findest sind so lustig die ganzen so klein ja sind noch nicht mal quest das ist einfach so kleine leben neben sachen die du einfach so finden kannst naja und ich bin naja dann konnte ich mal irgendwie hier so an so einem zaun in so einem auf dem eis planeten konnte ich irgendwie so dran lecken dann steckt mein charakter mit seiner zunge da fest um hilfe gerufen da konnte man sich irgendwie aussuchen wer wir einen zur hilfe allen sollen ich habe die daten der lebensquelle analysiert die weise konnte ich einen neuen synthese chip orten erscheint unter ruinen in den bergen begraben zu sein diese relikte der vergangenheit werden auch heute noch erforscht man vermutet dass sie vom alten volk oder vergleichbaren kulturen nicht die alte republik mit denen passiert darf sie nicht aber da war immer voller big deal ja aber amfang vielleicht nur im ersten gebiet naja kommt sich ja schon eis füllt wie komme ich denn da schon da war ich da schon da war ich da war ich gerade aber auch noch nach so als in dieser ja das ist das snack attack ja hätte das nie geteilt der schleicher angefangen hat es kann es kein sneak attack dass ein snack attack das wenn ich mich von hinten an euch heranschleichen durch eine tüte chips ins maul stopfen warum stelle ich mir gerade solid snake hier vor oder irgend so einen anderen schleich charakter wer sich mit so einem chips tüten so wachen daran schleicht eröffnet er so ganz leise die chips hüte einer erwachen sagt was du hast gehört nein das war so der wind also ja denkt man sich hier meinst du hast du sagen jetzt showtime sagt einfach jetzt snack time das ist meine hat kennen was heute snack wenn ich jetzt in der chips hüte ab wenn ich jetzt in der chips hüte hätte würde ich damit irgendwie ja möchte ich die in der hand nehmen und so zerdrücken weil ich habe mit taschen ich habe ein taschentuch it's snack time hört sich nicht so an ich habe leider keine chips hüte parat gerade mit gar keine snacks parat gerade doch noch da war ich so einen hunger karl i'm trying to sneak but the clapping of my chips back keeps alerting doch Okay jedenfalls 227 da kommen gibt es doch nicht ich wollte schon sagen es kann nur hier sein mit dem schnabel einfach aufbrechen dringendes drachen und das planeten wir haben ein paar dinge so ausgeben wir aber vorher sind hilse ich habe ich immer so viel ich bin mehrere herstellen und ich muss jetzt meine stände so kann gar nicht so viele so ring des ich war schon sagen wegen des drachen großen ringsdachen schutzbild das ist aber dieses eine von jufels dlc damals also zwei verschiedene sachen ausgerüstet hat konnte irgendwie so spezielle effekte in wieso datenschips oder so wie ein gegenstand kommen dazu mit den anderen ausgerüstet hat es neu war doch irgendwie so dann gehen wir mal noch mal ja versuchen wir ja beim kosmokennett zu navigieren und gott um das ding ja zu finden das ding für die waffen und ich wollte ja sparen bis ich meine charaktere gruppenlevel erreicht haben ne 8 wird wenn man 30 75 brauche ich ich glaube nicht reichen werden soll ich die an ansparen 30 punkte also war viel sparen wir noch andere da habe ich sagen ja konnung geht beim nächsten mal weiter wir müssen noch ein paar kräfte erledigen werde ich gerade und ich auch machen level 38 bin schon 40 die lebensessenz des planeten vorbote des odenhals ja genau das muss ich jetzt machen wir haben trotzdem sachen geschaffen wir haben ja barmut barmut kann man auch noch bekämpfen genau nächstes war wir haben jetzt zwei stufen untergeballer ich war ja immer die es war zwei stufen runter schon ein funktionieren wir finden ein funkturm da da geht man vielleicht irgendwie na gut wir haben noch viel zu tun beim nächsten mal ich habe ich überhaupt gekämpft heute ich habe gar nicht gekämpft heute egal beim nächsten mal vielleicht ne gott na gut dann sage ich der part hier nimmt sein ende heute und beim nächsten mal geht es dann weiter mit der erkundung im kosmokanien ne dankeschön für zuschauen ich hoffe ich habe euch hat die folge gefallen wenn er hat einer gerne bei kommentar zu mich voll freuen und ich sehe euch dann in den nächsten fall oder hat schauer guckst du da hinten dann sind das santa klein